Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Ich erzähle heute mal wieder eine YouTube Geschichte. Im Hintergrund seht ihr meinen Agent auf der PlayStation 4, YouTube Gamescom. Und ja, heute rede ich mal über meinen fast plötzlichen Tod. Ich hatte Herzrasen eines Tages. Mein Herz ging auf 120, 140 und musste Beta-Blocker, habe ich bekommen im Krankenhaus. Und wer auf jeden Fall fast direkt und wenn man sowas erlebt hat, dann ist man auf jeden Fall gefestigt fürs Leben und man lernt erstmal das Leben ein bisschen zu genießen und ein bisschen zu respektieren. Es ist halt einfach schön, dass das Leben, ohne Scheiß, das Leben ist was Tolles. Marshala, ist das Leben toll, oder ist das Leben nicht toll, Alter? Was hast du mich gedislike, du Bastard? Hey, like mal lieber, Dankeschön. Ja, auf jeden Fall, ich überlebe, Digga. Und ja, so true. So fucking true. 247 Dollar pro Minute. Wow, bin ich reich. Ciao.